Willkommen zum zweiten Teil von Tyrus 2 Schritt für Schritt. Holen Sie alles aus Ihrem Instrument heraus, indem Sie die Harmony-Funktion perfekt einsetzen. Erfahren Sie, wie Synchro Stopp Ihr eigenes Spiel mit mehr Dynamik bereichert. Stellen Sie die extrem realistischen Klangeigenschaften der Super Articulation Voices deutlicher heraus. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Split-Punkte, um Ihre eigene Musik durch extrem schnelle Klangwechsel zu beleben. Realisieren Sie bestimmte Klangeigenschaften, indem Sie den Hard-Disk-Recorder zu Referenzzwecken und somit für ein perfektes Sound-Design nutzen. Die Multipads von Tyrus 2 beherbergen die natürlichsten Gitarren-Voicings im Instrument überhaupt. Erfahren Sie, wie man diese Funktion optimal nutzt und registriertechnisch umsetzt. Aber auch Samples lassen sich hervorragend mit Multipads verarbeiten. Machen Sie Ihre MIDI-Files druckvoller durch die Remix-Funktionen von Tyrus 2. Der Hard-Disk-Recorder von Tyrus 2 ist nicht nur ein ideales Produktionswerkzeug. Im zweiten Teil von Tyrus 2 Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie die realen Audio-Playbacks der Musiktitel in das Instrument holen. Lassen Sie MIDI-File und Audio-Playback parallel laufen, um zu einem Audio-Playback sogar die Songtexte und die Noten zu erhalten. Der USB-Voice-Editor ermöglicht das bequeme Editieren von Klängen. Aber auch Software wie der Tiny-Wave-Editor ist perfekt geeignet für die Bearbeitung von Samples. Zum Beispiel das Lupen von Samples, das hier Schritt für Schritt gezeigt wird. Die brandneue Funktion Music Finder Plus erweitert Tyrus 2 gewaltig. Erstmals haben Sie den vollen Zugriff auf die Songbeispiele, die Ihnen der Music Finder vorschlägt. Eine extrem nützliche Funktion, welche die Betriebssystem-Version 1.2 eröffnet. Natürlich ist auch das Firmware-Update von Tyrus 2 ein Thema dieser DVD. Haben Sie gewusst, dass sich die Einzelausgänge zum Beispiel sehr gut zum Schlagzeugmixen einsetzen lassen? Wenn Sie in unterschiedlichen Besetzungen spielen, sind die Einzelausgänge ein Riesenvorteil. Auch für die reine Musikproduktion. Mit den Experten-Tipps umschiffen Sie Schwierigkeiten, bevor Sie überhaupt auftauchen. Lassen Sie sich inspirieren von den fantastischen Möglichkeiten von Tyrus 2. Tyrus 2 Schritt für Schritt Teil 2. Mehr Beispiele und mehr Musik. Ein Muss für jeden Tyrus 2 Spieler. Tipps umschiffen Siewűört嘿. Mit denוטen wie Musikvechen Siegne demais. Ein Muss für jeden Tyrus 2. Leute aus Wilhelm 15 Uhr 3 könnte.